Plötzlich gibt es ein neues Produkt, das stärker wirkt, länger anhält und günstiger ist als alle bisherigen Marken. Crystal ist eine solche Neueinführung. Ein weißes Pulver mit wohlklingendem Namen und verheerenden Auswirkungen. Es wirkt wie Kokain, es macht sehr wach, sehr selbstbewusst und vor allem sehr kaputt. Crystal Crispy 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 Es wirkt wie Kokain, sehr kaputt. Es wirkt sehr kaputt, sehr kaputt. Wo sind der Meisen und Christen? Das ging gar nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Das macht sie sehr wach. Das ging gar nicht. 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 Das ging gar nicht.